Musik Ausländische Gewerbetreibende langen kräftig zu und begehen in einem Jahr 30,8% mehr Diebstahlsdelikte. München, Bayern Demnächst ist es wieder soweit. Das Münchner Polizeipräsidium legt den jährlichen Sicherheitsreport vor. Bis dahin begnügen wir uns mit den aktuellen Zahlen aus dem Freistaat, denn auch das Landeskriminalamt veröffentlichte, mit Redaktionsschluss vom 13.03. dieser Tage die aktuelle Kriminalstatistik. Einige der aufgeführten Trends decken sich mit der traurigen Realität in der bayerischen Landeshauptstadt München. Allerdings beträgt der bayernweite Ausländeranteil offiziell nur 9,5%, gegenüber rund 22% in München. Trotzdem muss auch das Landeskriminalamt einräumen. Dennoch ist die Kriminalitätsbelastung der nicht-deutschen Bevölkerung deutlich höher als die der deutschen Bevölkerung. In Zahlen von allen 2011 in Bayern ermittelten 286.640 Tatverdächtigen waren 80.242 Nicht-Deutsche. In Zahlen 28% im Gegensatz zu 2010 27,2% und 2007 26%. Die Statistik enthält noch weitere interessante Informationen. So verübten illegale bayernweit im Jahr 2011 satte 35,8% mehr Betrugsdelikte als im Vorjahr. Asylsuchende, die vom deutschen Staat für viel Geld, Unterkunft, Verpflegung und Betreuung erhalten, verübten innerhalb eines Jahres 35,7% mehr Körperverletzungsdelikte als 2010 und 23,1% mehr Betrugsdelikte. Auch ausländische Gewerbetreibende fallen in der Statistik unangenehm auf. Sie werden von der bayerischen Polizei für immerhin 30,8% mehr Diebstahlsfälle innerhalb nur eines Jahres verantwortlich gemacht. Auch im Bereich der Gewaltkriminalität überrascht die Bayern-Statistik nicht wirklich. Hier schlagen nicht-deutsche Tatverdächtige mit 29,4% zu Buche, immerhin 2,3% mehr als 2010. Bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung stellen Ausländer 31,5% der Tatverdächtigen. In der Sparte Raub, räuberische Erpressung 34,4%. Alles bei einem Bevölkerungsanteil von 9,5%. Wie unsere Multikulti-Politiker der Öffentlichkeit solche Zahlen allen Ernstes als Bereicherung verkaufen wollen, bleibt ihr Geheimnis. Die bayerische Kriminalstatistik spricht eine andere Sprache. Die bayerische Kriminalstatistik spricht eine andere Sprache.